ja die leute an alle sie kommen jetzt eine weitere Aufnahme vom Minecraft pvp wurde wieder zusammen mit Markus so und wir gehen jetzt erinnern in 101 Turnier was auf Schwertkampf passiert mit 17 anderen Spielern rein und dann schauen wir mal was wir so reißen ich reiße gar nichts auch das im Bogen nicht die Faschen wer die ganze Arena mit Gas die die ja ja mann hier Prozent aber ich würde es weiter geht aber ein Nido den Bedacht und die Schwert ja an ich glaube das hat er auch ausgewählt gehabt gemeint ein erstes ich habe ein erstes gewonnen WUHU 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 S Ich bin Deiner ich habe gewonnen die Räder dritte noch vier und halb um die Blätter nicht diese Runde ohne Gas spielen während dem Kulten Lacks voll ich bin jetzt in der Zeit die Schienen bei der ersten Haar an der Vorwahl vor Ort die Bekommen jetzt gebe ich im Kommen das bricht er meine Kommen wieder ab und nein halbes Herz jetzt bin ich auch Zuschauer einmal gewonnen zweimal verloren so ne Scheiße wenn ich jetzt raus bin wäre ich scheiße aber ich glaube ich bin noch nicht raus was machen die beiden da jetzt Rote gewinnt aber ich kämpfe noch ich bin noch nicht raus ich habe auch noch eine 2 immer noch 16 spieler verbleibend diese scheiße auch die Kälte was geil er nein so nein und ist ein Hacker alles klar was wir in einer älter die ziel solch das war er 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 schießt mich du bist du aber ich bin alles klar du hast irgendwelche Problem ey dein Glas ist ja natürlich oh diese Gas ist nur hier zock ich hier fest äh Entwahrung wo bist du? keine Ahnung ich trau mich nicht drauf alles was die Gas sind ist eigentlich nervig weil wirklich was anrichten jo Party hard ja ich hab gewonnen und jetzt raus hier ja 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 jetzt oh 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 da gibt's ne Kombo das war's ein Hit Sache du hast ne Kombo gegeben oh Entscheidung ich habe Entscheidungen was für ein Turnier schreibt der eine er oder war der war der war echt feld wird die ist die ist die Lupe hat Morgon nicht dort der Mann heißt der Ruhr jetzt übertreibst aber nicht mehr mein jung mein jung jetzt jetzt übertreibst es aber wahrscheinlich kommen wohl nicht nur nicht kommen wollen hier fängt ich doch du wohnst so und der drei bist du noch drin ok ein da was sind aber wir waren die letzten beiden gekämpft haben einfach k kentern natürlich steigt jetzt hatte ich sehr ok ja ich habe mein Gegenüber wie er schön gekommen wird gerade ja abgewandt die erste Runde hallo wie du bist du ach so wo bist du 9 IVP kämpf ich steigen alle vorbei yes you won es geht ich habe schon wieder alle voll mit Gas bei mir in der Lobby glaub ich dir k das k k k k k k ich mache das halte die Gastronomie er ist von dem vierten der letzte oder was ich weiß jahre mit mir ich will auch vielleicht aber sind alle es waren alle gleichzeitig an immer die Runden mein Kampf also wieder der letzte der geendet ist aber nicht nicht und einig bei der die erste Runde hat nach drei Herzen okay sie Fakt zwei Herzen in meiner Stelle immer so die Herzen Oh, das ist unglaublich. Jetzt hauen sie die Turniere raus. Boah, wir stehen schon wieder voll im Gasbombat. Schaust du mir schon wieder zu? Nein, ich kenne noch. Ich bin gerade hart am abkacken. Aber ich verliere Gott übelst. Ja, natürlich. Ich habe keine Pfeile mehr, fuck this. Ich bin da raus. Nein, ich habe gewonnen. Ein Herz oder ein halbes Herz, keine Ahnung. Aber das Herz. Boah, aber jetzt muss ich noch die dritte Runde schielen. Ja, wenn man so... Bis das so geliebt, was? Junge, Lasto. Der ist in der Mitte. Okay. Boah. Der ist bei sich im Tunnel, oder? Äh... Ja, der ist gerade rein. Aber du hast einfach nur dich am Alpen. Jetzt kommt er zu dir. Ja, du hast gemackt. Ja, der hat mich gesehen. What the fuck das? Cheater raus. Cheater raus. Cheater raus. Guck, er um die Ecke muss. Wup, wup. Next round. Ah, noch sechs Spieler verbleibend, alter. Ja, hier kenne ich ja meine Taktik, ne? Babada, 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 babada. Der geht hoch, der geht hoch. Nein, ich gehe hoch. Passt, psst. Mal wieder Gas setzen, die sich einfach alle bombardieren. Der kommt jetzt wieder hoch, du gehst noch nicht weiter hoch. Mal das Ganze. Ja, ich wurde eins hoch gesetzt. Okay. Setz Gas ein. Das übernimmt er schon. Ich schieß dann. Und tschüss. Er ist tot. Aber das war der Alpha-Apfel. Alter, was macht die Map hier? Die baut sich grad noch so langsam auf. Der Turnier hat sich schon verloren. Oh. Der will Stress aus. Stress aus haben muss mit mir aus. Oh, ich verkack. Noch nicht. Ich muss erstmal wieder gegenrappen. Rappen. Recken. Jetzt kommt er hoch. Ja, ist klar. Wie er mir mit dem Schwert noch einen Hit gibt, obwohl ich ihn schon mit dem Bogen getroffen hatte. Okay, final round. Alter, das Turnier läuft gar nicht mehr so scheiße für mich. Ich hab' ein P-Hörger. Ich hab' ein P-Hörger. Ich hab' ein P-Hörger. Oder gut. Wer kommt? Wer den Eröffnungsschluss verkackt, so wie ich und er, der ist scheiße. Haha, aber der Schaden, den du mir mit deinem Fall gemacht hast, ist schon wieder weg, bis du kommst. Pisser. Oh nein, ich verkackt. Ich verkackt. Ist das verloren. Der hatte nämlich einmal in dieser Combo und dann kommst du nicht mehr raus und jetzt bin ich auch raus. Alter, wie die Maps sich da mal aufbaut. Einfach Apfel. Ist das jetzt schon das Finale? Nein. Drei Spieler verbleiben plus vier Pixel? Was denn vier Pixel? Äh, was laufs noch? Drei Spieler plus vier Pixel steht bei mir im Chat. Okay, ich will jetzt wissen, ob Alpha Apfels reist. Komm schon, Alpha Apfel, go! Oh, wenn du mich fertig machst, dann musst du das Turnier auch... Oh, der war kackt. Wenn er mich fertig macht, dann musst du das Turnier auch gewinnen. Alpha Apfel, was tust du? Nee, der war kackt. Run, Alpha Apfel. Der Pfeil hat, der Gars hat den Pfeil aufgehalten. Ja eben, das war meine Taktik auch immer, wenn ich... Oh, Standbild. Bei dir auch? Ja. Oh! Irgendwelche Gars. Er nutzt die Gars taktisch schlau. Und weicht ihren Schüssen aus und jetzt lockt er die Gars auch noch auf sein Gegner. Oh, der Gars! Na, der Gars! Na, der Gars! Na, der Gars! Na, der Gars hat den gefickt am Ende. Aber Alpha Apfel lebt noch. Wo ist Alpha Apfel? Komm schon, Alpha Apfel, mach es! Ne, das ist wie immer, hier ist Alpha Apfel. Los, Alpha Apfel! Go, 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 Alpha Apfel, go, go, go! Oh, oh, oh! Nicht gut! Nicht gut! Nicht gut! Nicht gut! Da wurde er gebohrt spammt. Ah, das verkackt er. Das verkackt er. Was tut er da? Was tut er da? Warum geht er jetzt drauf? Er wurde gebohrt spammt. Da hat er keine Chance mehr. Ist er weg. Ja, das schafft er auch nicht. Weil er ist Alpha Apfel. Ja, das war's mit Alpha Apfel. Finale. 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 Dreamer gegen Icy PvP. Geht, der hab ich auch gekämpft. Gegen wen? Icy? Ja. Ja, dann muss es jetzt Dreamer machen, ne? Wenn der meinen Gegner fertig gemacht hat. Ja, Dreamer hat's drauf mit dem Bogen. Mit dem Bogen hat er's echt drauf. Schau dir das an. Ab jetzt hat's auch drauf mit dem Bogen. Na, der hat noch... Bei mir hat er auf jeden Fall... Nee, jetzt grad nicht so. Naja. Vielleicht nervös. So viele Leute zu uns schon zuschauen. Komm schon, Dreamer. Yes. Dreamer goes win. Naja. Aber was war ich? Ja. Fünfter oder Sechster oder so, ne? Das ist schon schon okay. Das ist schon die Base, Alter. Fünfter oder Sechster ist schon okay. Ja, das ist Super Mario. Na, stimmt. Sie gehen so richtig warten. Jeder steht an seiner Tür und guckt. Aber da gibt's einen Tunnel unten durch. Ne, da gibt's einen Tunnel in der Schlucht. Aber nicht unten durch. Wasser. Oder? Keine Ahnung. Ich kann nicht sehen. Aber du kannst runtergucken. Schau mal die Leiterwand da. Die geht nur in die Schlucht. Der Tunnel. Was ist das? Der ist doch wieder da. 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 Der geht nur härunter. Was war das denn Geräusch? Wither? Wither? Da oben rennt einer. Einer ist im ersten Stock und geht jetzt. Oh, oh, jetzt. Aber wir können es nicht sehen. Ja, ich, Digga. Wir sehen nur die Narbe, die rumfliegen. Eicy. Tima hat den Kampf. Ne, Tima hat gewonnen. Okay, Tima hat das ganze Turnier gewonnen, Leute. Es war gar nicht so schlecht. Ich war auf jeden Fall in dem Turnier besser wie der Markus. Aber trotzdem gegen die Typen verloren, gegen die er auch verloren hat und von dem her. Äh, was? Äh. Nicht speichern. Was zur Hölle? Das habe ich schon gemacht. Nicht speichern. Nein, er will die ganze Zeit, dass ich ein neues Kit speichere, aber ich habe ja schon eins. Na ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal in einer weiteren Folge. Minecraft oder whatever. Bis dahin, savas und ciao. Tschüss.